Jahresrückblick 2018 in Forge of Empires Das Jahr 2018 war sehr ereignisreich in Forge of Empires. Einige wichtige Ereignisse waren allgemeiner und sehr dauerhafter Natur, so etwa die Umstellung von Flash auf HTML5, der sechste und damit letzte Teil der ozeanischen Zukunft und der Start der virtuellen Zukunft und die so lange ersehnte Einführung des Umbaumodus. Vor allem jedoch bleiben die Events und historischen Questreihen in Erinnerung. Zu Jahresbeginn haben sich viele damit befasst, ob viele winzige Eventgebäude – das Winterdorf des Weihnachtsevents 2017 – sinnvoll sind und wie man sie am besten anordnet. Am Ende haben nicht viele Winterdörfer in den Städten überlebt. Kurz darauf startete dann auch schon ganz überraschend das Forge Bowl Event. Erstmals bot ein Hauptpreis auf einer nur 3x3 Felder kleinen Grundfläche ganze 3 Forge Punkte täglich. Das Karnevals-Event begann dann erst, als Karneval bereits vorbei war. Während der stetige Wechsel zwischen Events und historischen Questreihen in den Vorjahren perfekt geplant und durchdacht wirkten, machten die Termine in 2018 einen etwas chaotischen Eindruck auf Außenstehende. Wahrscheinlich waren das die Nebenwirkungen der im Ganzen gut geglückten, aber sehr schwierigen Umstellung auf HTML5, die sicherlich viele Entwickler-Kapazitäten gebunden hatten und das Testen auch erschwerten. Die erste historische Questreihe war dann die mit Napoleon. Seither reitet er durch viele unserer Städte. Auch das war ein neues Element. Das Frühlingsevent brachte dann zweite Stufen zu bereits bekannten Gebäuden des Vorjahres-Frühlingsevents. Angesichts der Platzprobleme vieler Spieler war dies sehr willkommen. Nun kamen die historischen Questreihen plötzlich geballt. Cleopatra, Vincent van Gogh und Sakaya Weha kamen Schlag auf Schlag. Die Forge of Empires Fußballmeisterschaft schloss dann die erste Jahreshälfte ab. Den damaligen Hauptpreis konnte man zunächst nur bis Stufe 8 bringen, es sei denn, man hätte massiv Diamanten eingesetzt. Als Ergebnis des lautstarken Spielerprotests bot InnoGames dann die Upgrade-Kits auch als Tagespreis an. Alle übrigen Events in 2018 ermöglichten dann auch von vornherein den Hauptpreis zu erspielen. InnoGames hatte gelernt, wie man Spieler glücklich macht. Forge Island war dann das Thema des Sommer-Events. Fast jeder war von den Schiffen begeistert. Erstmals konnte man zwischen drei Optionen des Hauptpreises wählen. Einige waren nach diesen Schiffen regelrecht süchtig. Aber selbst Otto-Normalspieler konnte sich anderthalb Schiffe ohne Diamanten gönnen. Beim Herbst-Event durften wir dann alle backen und erneut gab es mit den Windmühlen eine Entscheidungsmöglichkeit beim Hauptpreis. Das kam erneut sehr gut bei allen Spielern an. Mit Gengis Khan gab es dann nochmals eine historische Quest-Reihe zwischendurch. Auch 2018 gab es wieder ein Halloween-Event. Es knüpfte an viele bekannte Elemente früherer Jahre an. Das Winter-Event läuft noch und ich habe den Eindruck, dass alle davon sehr positiv angetan sind. Die im Jahr 2018 neu als Hauptpreise hinzugekommenen Event-Gebäude übertreffen qualitativ alles, was wir aus den Vorjahren kennen. Herausragend sind die Heldensäule, das Tolos der Idole, die drei Schiffe, die drei Herbstmühlen und der Winterdom. Welches davon hat euch am besten gefallen? Auf den unterstützten Plattformen könnt ihr hier darüber abstimmen. Ich bin gespannt auf eure Meinungen, gerne auch in den Kommentaren unter dem Video.